So, jetzt noch ein kleines Vorwort bevor es mit dem richtigen Programm losgeht. Ich möchte einen riesen Dank aussprechen an Stupid Dave, Langhaar, Commander Alexander Plays, Sandmann und alle die dabei waren. Ich habe den Stream nicht angekündigt, weil es war jetzt ein reiner Test-Stream. Also ich habe es jetzt heraus probiert, wie funktioniert was, welche Einstellungen muss ich mitmachen, wie funktionieren das ganze Donation-Krams irgendwie und ja, aber jetzt müsste es alles halbwegs laufen und ja, die nächste Zeit werde ich vielleicht mal öfters mal streamen. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht alle, ja keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen, je nachdem, wie es meine Zeit zulöst. Und ja, das war's und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem folgenden Programm. Ist leider ein bisschen größer geworden, also es kann sein, dass die ganzen 18 Teile ein bisschen lang sind, aber ja, ich habe jetzt geschaut, dass ich auch vielleicht ein bisschen kürze und ein paar langweilige Stellen rausnehme. Okay, danke, ciao! Ah ja, wenn ich sonst das... Ah ja, das kommt davon, wenn man seit über einem Jahr an X-Mix gestreamt hat. Okay, verworfene Frames immerhin. OBS ist klar. Meine Taschentur hört man. Okay, warte, dann mach ich den Video-Vorschau mal nicht. Dann muss ich mal schauen. So. Gut. Alles mal beenden, was da nicht wichtig ist. Das ist weg. 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 Ah ja, wenigstens ist das. Oh, das hat meine... mein Ton. Ben. So. Okay, die Qualität von Twitch sagt hervorragend. Na okay, dann probier jetzt einfach mal das Ganze. Also, hallo, jetzt eher mal. Das war jetzt ein bisschen tricky, das Ganze wieder herauszufinden nach über einem Jahr. Ja, genau. So. Aber dafür starten wir umso gleich. So, dann wechseln wir doch hier rein. Oh, äh, genau. Äh, das sollt ihr auch noch einstellen. Ganz vergessen. Äh... Warte, meine Webcam brauchen wir. Ja, okay. Webcam schon. Äh, Fensteraufnahme existierendes. Okay, ja, das ist nach Reihenfolge in dem Fall. Okay. Äh, ab und an denke ich mal. Ja, Pro Firmwerk. So. Weiß nicht, inwiefern es jetzt da über dem Ganzen liegt, aber das kann ich ja nachher nur Gott sei Dank verschieben. Den Chat denke ich mal, ist eben momentan ein bisschen ruhiger. Dann kann ich es mal ausblenden lassen. Äh... nervös wie Sau, aber egal. Ich nehme das aber ein paar auf, weil die Videovorschau zeigt sich jetzt nicht gerade an. Ah, okay. Voll, so. Ja, genau. Ähm, also den ersten Teil von Endless Space habe ich auch sehr gerne gespielt. Von daher, äh, jetzt bin ich ein bisschen echt gespannt auch drauf. Weil ihr seid jetzt beim ersten Start und, ähm, von daher, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht mal... Obwohl, ich glaube die Einstellungen habe ich noch reingemacht, aber die... Dings, äh, ganz... Ähm, Volume... Ein bisschen runter drehen. Damit man auch meine Stimme hört, wenn ihr mal zu leise reden sollte, einfach in den Chat. So. Habe ja alles. Jawohl, 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 jawohl. Apply. So. Dann kann ich den OBS ein bisschen verkleinern. Twitch. Habe ja... So. Das ist... Ja, mein Mikrofon ist ein bisschen im Weg. So. Das Fenster vom Chat... So. So, dir mal... Ah, okay. Ja, also, ihr nehmt es halt, äh, über OBS auf. Ähm, von daher, ihr weiß jetzt, äh, wie gesagt, seit über einem Jahr nichts mehr irgendwie gemacht. Von daher muss ich jetzt mal schauen... Also, ihr habt halt Twitch-Alerts drin, aber das ist jetzt mehr oder weniger rein nur, ja, zur Probe halt gewesen. So. Ja, okay. Aber jetzt müsste es mal... Funktioniert. Ein Nightbot immerhin funktioniert, denke ich mal. Hoffentlich. Äh, ja. So. Ja, okay. Aber von der Quali und der Ton und alles, passt das? Oder ist da noch irgendwas, wo es stört? Ja, bei 4 Uhr war ich wach, äh, und hab alles noch versucht einzustellen, dass ich ja irgendwie noch das Ganze eindrehe, aber ja, wie man sieht, funktioniert absolut top. Ähm. 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 Du, 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 du. Lange? Ah. Ja, halt das Studio verwende ich gerade. Das normale, ähm, ja, komme ich nicht so ganz klar. Dann nehme ich das Studio. Ja, gut. Trudeln eigentlich. Jawohl, die Kommentare trudeln ein. Jawohl, gut. Gut. Okay. Dann spannen wir nichts länger auf die Folter und legen gleich aus. Okay. Ähm. Schade, dass es Beginner, Advanced und Expert nicht, also Advanced und Beginner gibt, weil ich würde lieber ihn gerne eher die Beginner nehmen. Aber ja, wir sind ja alle Experten. Also von daher. Jawohl. Ähm. Schauen wir mal. Okay, also Randon. Ähm. Sofhorns. Also Sofhorns sind eigentlich meine Lieblingsrasse. Die spiele ich immer ziemlich gerne. Ähm. Die Cravers habe ich. Okay, die sind. Ja. Okay. Nee. Haha. Okay, die sind glaube ich neu dazu gekommen. Zweite weiß. Ja. Und die sind auch neu. Also eine Händlerrasse. Die anderen sind glaube ich. Ähm. Okay. Über-Industrealisierung. Okay. Okay. So. Gut. Ähm. Omniscience. Genescience. 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 Okay. Okay. Je weniger die ähm. Anderen Reiche die Technologie erforscht haben, umso schneller bin ich in der Forschung. Okay. Das finde ich cool. Ja. Das ist schön schön. Okay. Ähm. Die Schiffe allgemein. Ah. Das wollte ich nicht. Die Schiffe allgemein finde ich sehr schön. Also von den Sofhorns. Aber die zwei schauen auch ein bisschen zu ähnlich. Wahrscheinlich einfach nur eine größere Variante. So. Ja. Das sind halt die ganzen vorgegebenen. Ja. Ähm. Weg damit. So. Ähm. Und das sind Sofhorns. Per Finder. Okay. Ja. Schöne Schiffe. Echt schöne Schiffe. Ja. Ja. Die Sofhorns. Die gab es auch im ersten Teil. Deswegen. Wie gesagt. Ihr habt sie damals auch schon sehr sehr geliebt. Zum Spielen. Weil. Ich spiele gerne Rassen, wo sehr stark in Forschung oder in der Wirtschaft sind. Damit kann man meistens ziemlich viel reißen. Aber es heißt nicht, dass ich ein guter Spieler bin. Gutes Gameplay. Gibt's woanders. Bei mir gibt's nur. Ja. Normale Kost. So. Ähm. Blau ist natürlich meine Lieblingsfarbe. Ähm. Ist natürlich alles Experten oder nicht? Spirale. Naja. Also ich denke auch, dass die Designs sich noch ein bisschen anziehen. anpassen werden. Aber es ist wie gesagt schon Early Access Titel. Naja. Gesagt habe ich es nicht. Aber. Ähm. Ja. Ein Early Access Titel. Von daher. Da wird das sicher noch angepasst. Ähm. Ähm. Alte Galaxie. Okay. Random. Ja. Ähm. Ja. Machen wir das so. Medium ist das größte. Okay. Das. Ähm. Einmal mit Bewerber. Bin jetzt nicht so scharf. Deswegen. Sechs waren die. Machen wir halbe. Wir haben mal ein bisschen Ruhe. Können ein bisschen forschen. Ähm. Speed. Okay. Ähm. Auch normal. Schwierigkeit. Ähm. Normal. 4 Uhr. Wie gesagt. Bis 4 Uhr. Auch gewesen. Von daher. Das war. Schon ein bisschen. Hart. Äh. So. Okay. Ah. Okay. So. Aber immerhin. Es freut mich, dass du schon da bist. Ich hab mir echt gedacht. Okay. Es wird wahrscheinlich gar keiner da sein. Weil. Ja. Es wird überall ja nichts mehr machen. Und dann ist klar, dass dann die ganzen Leute denken. Okay. Der ist. Ähm. Tod. Verschollen. Vermisst. Also. Es hat immer noch immerhin. Die Sofas. Die Sofas. Der erste. 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 und ihre artificialen Erfbrüchen und sie schlug ihre Mühle auf. Sein großer Macht hat ihnen große... Irresponsabilität. Sorry. Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen. Sie sind ein bisschen unverantwortlich. Now, they are the first to create perfection. Me.